Darum geht's nicht, Alex. Ich hab die 5-10 gegründet. Ich bin der VA. Mein eigener Bruder bricht die Regeln. Wie sieht das aus, he? Dann wundern, dass immer wieder ein paar Jungs scheiß. Das will ich jetzt schon die ganze Zeit mal ausprobieren. Hm, okay, man kann sie nicht wirklich umfahren. Ist vielleicht auch ganz gesund so. Ich will dir die Chance geben, aber es nötig ist. Hm.